Hallo zusammen, hier ist Magnus Bühl. Ich laufe gerade im Burgenland um den Neusiedlersee. 120 Kilometer. Heute früh um 4.30 Uhr war der Start. Ich habe jetzt zwei Marathons in den Beinen und jetzt geht es bloß noch darum, weiterlaufen, 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 kurze Gehpausen und sich nicht mehr abbringen lassen vom drohenden Weizen in Ogao. Hallo, Servus. Ja, nach zwei Marathons sind die Füße doch leicht schwer. Im Prinzip geht es mir gut. Auch durch die Schmerzen den Füßen, aber da kann es nichts machen. Jetzt sind es halt noch 30 Kilometer, die ich laufen muss. Ja, umso lockerer man versucht, ein ganz langsames Lauftempo aufrecht zu erhalten. Umso besser zwischendurch kleine Gehpausen als Belohnung. Ja, und ich hoffe, dass es in Ogao im Ziel nach 120 Kilometer auch noch ein Weizen und Weißbier gibt, weil auf das frage ich mich. Also. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020